Ich bin der Ernst Muser-Junior. Ich bin der Bernd Muser. Ich bin der Rainer Muser. Ich bin Tommi Muser. Ich bin Alexander Muser. Ich bin Raimund Bögelein. Und zusammen sind wir das neue Uli-Bau. 1988 habe ich die Firmen Ulzenheimer Bau, Hoch und Ulzenheimer Bau, Tiefbau, nach dem Tod von Hans Ulzenheimer übernommen. Das Logo Uli entstand dem Ulzenheimer und der Ortschaft Lichtenau. Uli mit zwei L, sehr zu betonen, seit dem Einstieg der Söhne führen wir die Firma Ulzenheimer gemeinsam. Und im Jahr 2023 haben wir nun diese Umformierung vorgenommen, Uli-Bau und Uli-Bauträger. Wir von der Uli-Bau GmbH sind Spezialisten in ganz vielen Bereichen. Ich persönlich habe mich auf das Thema Trinkwasser und Wasserversorgung spezialisiert. Unser knapp 200 Mann starkes Team zeignet sich durch besonders viel Qualifikationen und Kompetenz aus. Nur so können wir den Auftraggebern die versprochene Qualität abliefern. In meinem Aufgabengebiet liegt die Abwicklung öffentlicher Bauten sowie Industrie- und Gewerbebauten. Hier haben wir als Partner Privatpersonen, Firmen und öffentliche Hand. Wir sind auch gern gesehener Partner, da wir von einer fairen Auftragserstellung bis Bauabwicklung mit heimischen Arbeitern im eigenen Betrieb, sowohl auch mit Nachunternehmern, die örtlich angesiedelt sind, tätig sind und somit eine reibungslose Bauabwicklung garantieren können. Ich bin bei uns für den Bauträger in der Firma zuständig. Das heißt, wir werden ganze Baugebiete entwickeln vom individuellen Bauen von Wohnanlagen, größere bis kleinere Mähfamilienhäuser, sowie auch Einfamilienhäuser. Die werden bei uns alle individuell mit Architekten geplant. Wichtig ist hier natürlich der Kostenrahmen, dass die eingehalten wird. Die Schnittstellen von den einzelnen Gewerken, das ist meine Hauptaufgabe, zu koordinieren und natürlich auch die zeitliche Schiene zu befolgen, wie es ausgemacht ist. Zu meinen weiteren Aufgaben gehören auch die Kleinbaustellen, die von mir koordiniert werden, auch mit verschiedenen Nachunternehmen, aber hauptsächlich mit unseren eigenen Leuten ausgeführt werden. Als Projektleiter kümmere ich mich um die komplette Abwicklung der Baustelle, vom Rohbau bis zur Schlüsselübergabe. Für einen Bau gilt es, die unterschiedlichsten Gewerke unter den Hut zu bekommen, damit die Baustelle reibungslos verläuft und rechtzeitig fertig wird. Wir haben eine eigene Werkstatt. Als Verantwortlicher kümmere ich mich um ca. 100 Baumaschinen. Das ist alles das, was einen Fahrersitz hat und ca. 250 Baugeräte. Unser Fuhrpark ist stets auf dem neuesten Stand. Wenn es in die Tiefe geht, bin ich verantwortlich. Ich kümmere mich von der Kalkulation bis zur Durchführung, Straßenbau, Leitungsbau und Kanalbau. Mit unserer leistungsfähigen Truppe können wir arbeiten im Tiefbaubereich, von der Garageneinfahrt bis zur Promenade sowie vom Kanalausanschluss bis zur Kläranlage alles durchführen. Packen wir es an! Wir bauen! Punkt!